Ich habe mir vor kurzem einen Hund gekauft und war, was die Erziehung angeht, sehr berücksichtigt. Im Internet machte ich mich schlau bezüglich Hundeschulen und bin auf das Online-Hundetraining gestoßen. Hier lernte ich in einfachen Schritten, wie ich meinen Hund mit den richtigen Mitteln spielen leicht erziehen kann. Und das mit einem gehörigen Potionspass für uns beide. Ich kann das Hundetraining, Link findest du unter dem Video, nur wemstens empfehlen.